Eine wunderschöne, die bezaubernde Leute, wir müssen wieder reagieren und zwar zu Soldat The Departed, noch nie gehört, wir schauen mal rein und das Ganze wird wieder zur Verfügung gestellt von Slam Worldwide, let's go. Okay, von dem Album Ascendant, der Aufsteiger, der Aufgestiegene, irgendwie sowas. Okay, okay, vocals passen schon mal gut, der Song guckt doch erstmal. Oh ja, der guckt sehr, hat was Metalchoriges ein bisschen, I like. Ein bisschen heavier, aber auch noch gut. Oh ja, das stimmt. Oh ja, das stimmt. Das ist ja schon ein fast gut schüttender Song, ey. Schön. Sehr schöne Vibes. Wir können mal schauen, ob wir hier einen kleinen Bild abhaben. Ey, wie gesagt, die Schlagzeuge, die finde ich immer so krass, die einfach so hart durchballern können, ey. Oh ja. Oh ja. Out of nowhere. Let's go. Schön. Schön. I like that. Beautiful. Das war ein sehr cooles Rhythm. Das erinnert mich so ein ganz klein bisschen an... Das hört mir in den Armen gerade nicht ein. Goddammit. Ich habe letztens das gehört, eine ältere Band. Ich komme nicht drauf. Verdammt. Egal. Auf jeden Fall ein sehr schönes Lied. Hat mir unglaublich gut gefallen. Und ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.